ja könnte heißen oder theoretisch ja okay chillt mal darum dass du die nachricht weg ganz beziehungsweise löschen wenn man das nicht schreiben darf die bombe eigentlich meint schon den twitch chat ich sehe gar nicht was für einen comment du meinst ich habe ihn gefragt ob er noch ein rezept für nachfallen braucht oder eine anleitung für molly dann schreibt dahinter es war nur ein schock der 100er ping wir kriegen leg kompensation ja es ist nicht so schlimm wo kommt er jetzt her nein er hat den ekel move gemacht was ist denn der ekel move der wieder so klettern im toten winkel dass ich ihn nicht sehen kann obwohl ich alles gecheckt habe als ich etwas drehe gekillt gerade ja zwonko wenn ich ein vpn mache erst mal nach amerika weil er den stream auch auf mich lecken würde das wäre lustig das wäre absolut witzig eigentlich mann wer hat hier diese musik an in der shisha bar oder was der gehört mir schweine priester weiter jetzt genau der gleiche macht denselben buch wieder auf den zug um mich holen so und ich will nichts mehr sagen möchte ich hier leute gehen wir auf und sagt man alles so ein blöder move ist auf diesen drecks zug man jedes mal gehe ich durch den gleichen drecks move down das hätte ich nicht überleben dürfen ich gebe es auf das fliege zu machen ich nervte jetzt einfach nur noch er ist sehr kommentiert ja in der sekunde kommt das mist wieder von hinten ja ich dachte ich habe mich verhört da ist er ja das sind gerade in amerika ja ja ein paar mal in folgeschaut richtig lustig ja ich kann jetzt gleichzeitig nur einen erschießen ja das ist das problem wie hat er das überlebt ich habe ihn angeschossen und er stand neben mir als seine semtex an mir explodiert ist fitbull würde gerne in mir explodieren ja sieh mir etwas die richtige richtung nicht ja point blink wow jetzt war es leider mit meinen scheiß streaks ja ich habe ich habe ich habe Wo ist Ticketboot? Der ist tot, alles gut Warum schießt du schon? Er hat geschossen bevor ich bei ihm sichtbar war Ich bin für ne Schare Kakashi Ach der ist dieses hässliche Clownsviech Ah Du wirst ein ganz schöner Clown-Rassist ne? Du wirst doch Clowns in Ruhe Ich mag die halt nicht Seppco wird gleich echt merken, dass er nichts vermisst hat ne? Du wirst gleich wieder spielst Wird so sein, aber ich muss wieder 9.000 Kills Obwohl wir noch 2.000 Das wird ein bisschen dauern Naja Bäume 2 dann Scheiß geht nochmal kaufen Scheiß geht nochmal kaufen Wie ist der Typ so am Rheinsbetten Ich drück gleich die 6 Ich drück gleich die 6 Dann war es das doch eh Ich drückgib Ich drückgib Ich drückgib Ich drückgib Ja Bitteschön Nice man Und das mit 100 der Ping Wir zerlegen die so hart Ich drückgib Ich drückgib Ich drückgib Ich drückgib Aber jetzt sind alle von Blanks fertig Ich füllen nur noch Longshots Wir lost the hardpoint trial The hardpoint is secured Das wird die furchtbarste Aufgabe Aller Zeiten Obwohl ein Mac-10 könnte schlimmer gewesen sein Wo ist meine Pippe? Wo ist meine Pippe? Wo ist meine Pippe? Die Haltpoint läuft ja Dereck Das ist nicht gut Oh das ist ganz und gar nicht gut Die Haltpoint läuft Good Wie funktioniert es? Morten Ja Die Haltpoint wird Begratnt Wenn eines der Das Sartere Vier Er Die Leute Die 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 stehe da nicht auf kaum hätte mich gerade fast verkauft jetzt ist die zeit und jetzt wurde ich wieder stellt ihn doch während die new ich habe mich selber ist gilt während ich auf streak war mit mir selber jetzt habe ich den egal das ist quantum mechanics langsam warte das während eine eigene nuke hochgegangen ist noch eine nuke nein nein um einen punkt nein oh gott wo spawnen wir wo ist die stellung nein spritte das gibt es nicht doppelt negativ und freut sich was knapp gewonnen hat alles klar das war so ein komplexer play ich kann gar nicht mehr mit das war ein zähne